Ja mach mal nur noch einen BVP mal gucken, weil er mehr Glück haben. Und nicht wieder so ein scheiß Huzo da reinkommt, der sich direkt wieder verpisst. Äh, hab ich doch grad schon gemacht, was ist denn los? So, übrigens am 5.12. kommt die Klasse Waldmeister. Naja, Waldläufer. Waldmeister. Waldläufer natürlich und da freue ich mich schon drauf. Dann haben wir hier auch ein kleines Special zu. Schauen wir uns die Klasse direkt erstmal an. Der Waldmeister, die Waldmeisterklasse. . . Yo, Healer, get back, nigger. 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 Und dann müssen wir wieder nach 2 zurück. Was ist hier los? Wir gehen oben an halt 3. Obwohl, der ist leicht down, dann brauchen wir da nicht hin. Dann gehen wir mal wieder zurück nach 2. Dann gehen wir mal wieder. All right. So, drei haben wir gleich wieder. Was ist hier? Erstmal um die Ecke. Blocken was wieder auffüllen. Warum wird drei schon wieder eingenommen? So, bleiben wir jetzt mal hier. Ja. Dein Team dominiert. Dein Team dominiert. Kennedy dominiert. So. Diesmal ist da ein bisschen ausgeglichener Kampf. Auch keine Lieber dabei. Also den lassen wir diesmal nicht hinkommen. STIERB! So, hier war doch noch ein Schurke irgendwo. So, hier war doch noch ein Schurke irgendwo. So, hier war doch ganz gut. Wenn wir die so b So, weg ist er. Da brauchen wir einen hinterher. Aber es sind ja zwei schon. Ohhhh, Mage. Gehen wir nicht auf Eier. I have one gone three. Schmühle der Mage, da oben ist er. Feige Sau. Bleiben wir einfach hier, da kann er uns nicht treffen. Achtung. So, we're gonna missen my Hina. So, we're gonna missen my Hina. Fall back in the middle and fight on the floor. Fall back in the middle. So, nehmen wir erstmal einen Sein. Your team dominates. Aber ich denke mal, da sollten wir die Zone gewinnen. Your team dominates. Oh, eins. Reiten wir nochmal zurück nach eins. Da sind zwei. Die Zone gewinnen. Die Zone gewinnen. Wow. Um... Uh... ...하�mal. Aber man... Wir sonst haben sich. Dieses Mal schaue. Nicht abhauen, so ist fein. Ich glaube, dass wir bei den anderen nicht mal alle zwei gelieft sind, weil hier ist momentan keine Gegenwehr. Oh, das ist ein Alarm. Kram, hab aber gleich gewonnen, das ist schön. Alter, fick dich doch, was ist hier los? Dann geht er, was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Na egal. Egal, egal. Ach, lohnt ja gar nicht mehr da hinzuhalten, ist unvorbei. Dann werde ich noch mal gewonnen, oh, überraschend. Kam mir eigentlich nicht so vor, als hätten wir besonders viele Punkte geholt. 6900 EP, na gut, 2 Tage lang gibt es auch doppelt EP, natürlich super. Und am 5. kommt der Waldläufer. Ich bin an eurer Seite, wenn ihr mich braucht. So, wo sind wir hier? Hier sind wir. Ähm, nehm 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 nehm. Moment, wo müssen wir hin? Ach, wir müssen, ach Gott, da kommen wir erstmal hoch rein. Uiuiuiui. Ich würd sagen, das machen wir aber nächstes Mal. Ja. Ja. !